Das andere. Gift. Chemtrails. Oder was das einmal ist. Das eine, das diese Chemtrails einfach auflöst. Die Antennen Gottes, die ja durch Mutter Erde in den Himmel schickt. Gedichte, die die Zeit in den Himmel schreibt. Was ist wirklich nur interessant? Natürlich gibt es da draußen eine Welt. Eine zivilisierte Welt. Eine begradigte Welt. Eine hingestellte Welt. Das ist das eine. Und dann gibt es eine gewachsene Welt. Eine natürliche Welt. Eine, obwohl manchmal kaputt aussehend, sehr harmonische und heile Welt. Und es liegt letztendlich nur im Auge des Betrachters, ob er einen Baum als krank oder als rankend anschauen will. Also, krank oder krank liegt im Auge des Betrachters. Ich wähle krank. Herr Ruhest. Herr Ruhest. Herr Ruhest. Herr Ruhest. Vielen Dank.